Willkommen Freunde! Es ist kein Geheimnis, dass jeder ein Vorbild hat oder zumindest ein Idol, dem er folgt. Millionen von Jungen auf der ganzen Welt tragen das Trikot ihres Fußballidols und träumen davon, so wie er zu werden. Heute erzähle ich euch eine erstaunliche Geschichte, in der ein kleines Mädchen einen Brief an ihre Lieblingssportlerin schrieb und gar nicht erwartete, eine Antwort zu bekommen. Aber was dann geschah, ist unglaublich. Die 10-jährige Kalani aus Australien wurde in eine sportliche Familie hineingeboren. Zunächst spielte sie Netball, ein Basketball-ähnliches Mannschaftsspiel, das in diesem Teil der Welt sehr beliebt ist. Das Mädchen ging ganz um Training und nahm an Spielen in der Kinderliga teil, bis ihr Vater sie zu einem Spiel der örtlichen Australian Football-Frauenmannschaft mitnahm. Die kleine Kalani war sofort beeindruckt von der Größe des Stadions und des Footballplatzes, der Atmosphäre auf den Tribünen und vor allem von dem Spiel der beiden Mannschaften. Seitdem war das Mädchen ein treuer Fan des Football-Vereins aus Carlton und besucht jedes Spiel ihrer Lieblingsmannschaft. Sie kannte die gesamte Mannschaft genau und hatte auch ihre Lieblingsspielerinnen. Aber ihr größtes Idol war die Mittelfeldspielerin Jessica Hosking. Kalani kannte nicht nur die gesamte Biografie der Sportlerin, sondern folgte ihr auch auf Instagram. Und die Wände ihres Kinderzimmers waren mit Postern von Jazz bedeckt. Und das wäre auch nichts Ungewöhnliches gewesen. Aber als Kalani ein Spiel des Fußballstars besuchte, nahm sie all ihren Mut zusammen und ging auf ihr Idol zu, um ein Foto zu machen. Und trotz der großen Zahl derer, die Jazz mit Anfragen bestürmten, schenkte der Footballstar allen seine Aufmerksamkeit und ignorierte auch das kleine Mädchen nicht. An diesem Tag war die kleine Kalani überglücklich, denn nur wenigen Fans ist es vergönnt, ein Foto mit ihrem Idol zu bekommen. Das begeisterte Mädchen war so dankbar, dass sie beschloss, einen Brief an Jazz zu schreiben. Das Mädchen nahm Stift und Papier und bedankte sich bei der Footballspielerin für das schöne Spiel und fügte einige Zeichnungen hinzu. Der Text des Briefes lautete ungefähr so. Liebe Jazz, danke, dass du mich gegrüßt hast und meine Mutter ein Foto von uns machen durfte. Es war der beste Tag meines Lebens. Ich liebe es, dir beim Spiel zuzusehen. Und ich möchte auch so eine tolle offensive Mittelfeldspielerin werden wie du. Ich folge dir auch auf Instagram und fand es lustig, als du die Haare deiner Schwester lila gefärbt hast. Früher wollte ich immer Netballspielerin werden, bis ich dich auf dem Feld gesehen habe. Ich bin so dankbar für alles. Du bist die Beste. Ich denke, es wird niemanden überraschen, dass das kleine Mädchen noch nicht wusste, wie man einen Brief richtig verschickt. Ohne auch nur eine Briefmarke aufzukleben oder die Adresse des Empfängers anzugeben, warf Kalani den Brief einfach in den Briefkasten mit der Aufschrift für Jazz Hosking von unserem Footballverein. Ein paar Tage später erzählte Kalani ihrer Mutter Sandy von dem Brief und ihrer Mutter blieb nichts anderes übrig, als ihrer Tochter zu versichern, dass Jessie den Brief bestimmt erhalten würde. Aber natürlich wusste sie, dass der Brief seine Empfängerin wahrscheinlich nicht erreichen würde. Denn oft kommt es vor, dass selbst korrekt adressierte Briefe die Sportler nicht erreichen und in Kartons mit Fanpost verstauben. So versicherte Sandy ihrer Tochter, dass Jess den Brief sicherlich gelesen und sich darüber sehr gefreut hat. Sie hatte keine Ahnung, was ein paar Tage später passieren sollte. Eines Morgens klingelte das Telefon im Haus und als die ahnungslose Sandy den Hörer abnahm, erstarrte sie. Wie ihr wahrscheinlich schon erraten habt, war auf der anderen Seite der Leitung niemand anderes als der Footballstar. Wie sich herausstellte, hatte die Spielerin mithilfe der Vereinsmitarbeiter die Adresse der Familie herausgefunden und beschlossen, sie anzurufen. Doch Jess beließ es nicht bei einem Telefonat, sondern versprach, bald vorbeizukommen. Die Mutter glaubte nicht, was sie da hörte und sagte ihrer Tochter deshalb nichts davon. Doch als ein paar Stunden später ein Auto in den Hof ihres Hauses fuhr, beschlossen sie dem kleinen Mädchen eine Überraschung zu bereiten. Hosking hatte ihren kleinen Hund dabei und natürlich auch Geschenke für das Mädchen. Als es an der Tür klingelte, ahnte Kalani nicht, wer da draußen stand. Die Mutter hatte sich überlegt, ein so wichtiges Ereignis auf Video aufzunehmen. Und die echte Emotion des Kindes sagt mehr als tausend Worte. Als sie ihr Idol auf der Türschwelle sah, brach das Mädchen in Freudentränen aus, umarmte sie und konnte kaum glauben, dass dies wirklich geschah. Nicht weinen, sonst weine ich auch, sagte Jess und umarmte ihren Fan ganz fest. Als sich die Emotionen ein wenig gelegt hatten, überreichte die Footballerin Kalani einen Ball und ein Trikot mit allen Unterschriften des Teams. Das Mädchen führte sie dann durch ihr Zimmer, zeigte ihr die Poster ihrer Lieblingsspielerinnen und verwöhnte sie mit ein paar Leckereien. Das rührende Video, das von der Mutter des Mädchens aufgenommen wurde, erschien bald auf der Seite der Sportlerin mit folgender Bildunterschrift. Vor einer Woche erhielt ich einen Brief von einer kleinen Fremden und ich dachte, was könnte besser sein, als sie zu besuchen. Der Beitrag dieser Geschichte ging in wenigen Stunden durch die Weiten der sozialen Netzwerke und berührte Millionen von Nutzern. In den Kommentaren schwärmten alle vom Auftritt des Stars, aber niemand ahnte, wie viel Glück Kalani gehabt hatte. Wie sie später herausstellte, arbeitete ein treuer Fan der Footballmannschaft in der Poststelle. Und da er erkannte, dass die Nachricht von einem kleinen Mädchen geschrieben worden war, beschloss er, sie auf höchst unkonventionelle Weise zu überbringen. Seit langem ein großer Fan der Mannschaft kannte der Briefträger viele Personen aus dem Verein, die ihm halfen, den Brief direkt zu Jess zu leiten. Seitdem trainiert Kalani noch fleißiger beim Football. Ihr neues Ziel ist es, eines Tages zusammen mit ihrem Idol auf dem Platz zu stehen. Und wer weiß, vielleicht wird die Geschichte von Kalanis und Jess Bekanntschaft weitergehen. Was die Aktion der Athletin betrifft, muss man sagen, dass sie Respekt und Bewunderung verdient hat. Jess hat gezeigt, dass die Stars, die wir nur aus dem Fernsehen kennen, Menschen wie wir sind. Und manchmal kann ihre Aufmerksamkeit und ein bisschen ihrer kostbaren Zeit das Schicksal eines Menschen verändern. Was haltet ihr von der Aktion dieser Sportlerin? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Das war's für heute. Bewertet bitte das Video, wenn es euch gefallen hat. Tschüss und bis bald! Also, bis bald! Das war's für heute! Bis bald! Vielen Dank.